Sehr, sehr cool geworden. Ich bin da, also ja, sehr gerne auch von mich selbst eine Impostergröße. Hallo Freunde, analogen Unterhaltung. Hallo. Willkommen hier zu einem kurzen Update zum Thema Louis & Clark, Hunter & Cron Edition. War jetzt längere Zeit ein bisschen Funkstille, hat einfach damit zu tun gehabt, wir hatten echt andere Sorgen, ihr wahrscheinlich auch. Berlin konnte verschieben, Hunter & Cron mussten jetzt hier diesen neuen Weg finden, wie können wir hier zusammen trotzdem noch irgendwie Videos machen. Haben wir jetzt dann zuerst ganz allein gedreht und es zusammengeschnitten, jetzt probieren wir das irgendwie in Zukunft zumindest mal so mit so einer Audio-Live-Schaltung hier zusammenzukriegen, so auch jetzt hier. Und natürlich sind in dieser Zeit auch etliche Rückfragen bei uns eingetroffen, per E-Mail und so weiter, per Kommentar, was denn mit Louis & Clark los ist, weil da wir relativ lange nicht mehr drüber geredet haben. Ja, muss man ja auch total verstehen, klar, es war natürlich immer geplant, die Berlin-Con im Sommer und Louis & Clark dann auch im Sommer fertig. Viele Leute haben das so in ihren Spielekalender natürlich auch eingetragen und da gab es jetzt viele Fragen. Die erste und wichtigste ist natürlich, ja, wir wissen jetzt, die Berlin-Con wurde verschoben. Bedeutet das auch, dass Louis & Clark verschoben wird? Ja, genau. Und Stand heute, ich habe mich ja so ein bisschen um diese ganze Sache gekürzt, Stand heute ist, nein, Louis & Clark ist nach wie vor on track. Wir haben die Produktion losgetreten. Das ist ja ein Made in China, weil eben das Originalspiel von Ludonauten auch ein Made in China ist und das ja nur ein Reprint ist. Und die, naja, die Ludonauten hat mir gesagt, wenn das ganze Land nicht komplett zusammenbricht, ja, dann ist das Spiel wie geplant im Sommer pünktlich zur nicht vorhandenen Berlin-Con fertig und da. Ja, natürlich muss es ein bisschen mit Vorsicht gießen, weil wie gesagt, man weiß halt nicht, ne, also in China wird wieder gearbeitet, aber könnte da nochmal was dazwischen kommen? Wie sieht es in Frankreich aus und so weiter? Das weiß man alles nicht und das bedeutet einfach, das Spiel wird fertig, pünktlich und jetzt natürlich, ja, was machen wir jetzt? Es gibt, wir hatten ja bislang immer, könnt ihr im Shop, immer noch, könnt ihr im Shop Berlin-Con Pickup auswählen, haben natürlich jetzt, klar, logischerweise in letzter Zeit nicht mehr so viele gemacht. Was ist damit jetzt? Viele haben das aber ausgewählt und da ist es ganz klar, wir wissen ja nicht, was im Sommer los ist, aber das Spiel soll veröffentlicht werden im Sommer, das werden wir nicht künstlich zurückhalten, das macht ja auch gar keinen Sinn, das heißt auch der Versand wird natürlich pünktlich starten und alle, die Pickup Berlin ausgewählt haben, denen wollen wir es irgendwie ermöglichen, das Spiel auch in Berlin abzuholen. Jetzt kann es aber natürlich sein, dass ihr gesagt habt, ja, ich möchte Berlin-Con Pickup, aber natürlich nur, weil ich zu Berlin-Con komme, ja, da könnt ihr dann natürlich, je nachdem, euch nochmal überlegen, wollt ihr das dann ändern, zum Beispiel auf Essen-Pickup, wobei das sicherlich auch noch ein Fragezeichen ist, ob das so klappt, ne, oder wollt ihr es ändern auf Versand, dann müsst ihr natürlich Versandkosten nachbezahlen, alles kein Problem, ihr könnt auch einfach jetzt abwarten, wie es sich entwickelt, aber das Spiel wird fertig und es wird auf jeden Fall ab Ende Juli, Anfang August versendet werden. Ja, das ist zumindest der aktuelle Stand. Genau, also in einer Masse an schlechten Nachrichten immerhin eine gute, das Spiel ist eben nicht fix gekoppelt an den Ausstrahlungstermin der Berlin-Con und sobald es fertig ist, gibt es natürlich die Möglichkeit, es zu verschicken und es könnte sein, dass es planmäßig fertig wird und es gibt für alle die Möglichkeit, die da jetzt Pickup angegeben hatten, das natürlich zu ändern. Es gibt aber tatsächlich auch ein paar Fragen, die gar nicht so konkret mit der Situation zu tun haben, sondern eher Dinge, die schon im Vorfeld diskutiert wurden, gefragt wurden und wo wir noch die Antwort zufällig schuldig sind und das sind zum Beispiel die Frage, ob jetzt die alten Promokarten denn auch in der Neuauflage enthalten sein werden. Genau. Was sind die alten Promokarten? Ja, es gibt, also ihr wisst ja, wir haben neue Promokarten, eine neue kleine Hunter-und-Kron-Promo-Erweiterung ist ja mit dabei mit neuen Karten. Es gab aber schon alte Karten, ich glaube es sind sechs Stück und die gute Nachricht ist, alle alten Promokarten werden wir ebenfalls reprinten und das bedeutet, dass ihr sozusagen jetzt nicht losrennen müsst, das haben ein paar Leute halt gefragt, ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich die alten mir auch schon jetzt hole, braucht ihr nicht, weil die sind in unserer Edition einfach mit drin. Das heißt, wenn ihr diese neue Edition, die ist ja auch immer zusammen mit den neuen Promokarten, da gibt es ja nicht eins, also das Promopack wird es vielleicht einzeln geben, aber wenn ihr das Spiel bei uns kauft, momentan könnt ihr ja nichts anderes vorbestellen, dann ist da alles mit drin, unsere neuen Promokarten und alle alten, sodass ihr dann alles habt. Also einfach mehr Promokarten als bisher und alle sind da mit dabei, wenn ihr jetzt das Spiel bestellt. Ja super, ich habe hier aber noch mehr Fragen gefunden und zwar, sind denn diese Ressourcen-Sticker enthalten? Da muss ich vielleicht auch erst mal erklären, was sind denn Ressourcen-Sticker überhaupt? Genau, das ist so, also im normalen Lewis und Clark sind ja nur Holzressourcen drin und es gab aber mal eine Promo, ich glaube das war beim ersten Essen, wo das Spiel ganz neu war, war es eine Essen-Promo, wo es halt Sticker-Boden gab, wo man quasi noch die Ressourcen verhübschern konnte. Ja und da haben wir nachgefragt, wie sieht es damit aus und tatsächlich auch das können wir drucken und ist dann Teil sozusagen unserer Erwaltung, das heißt es ist auch, die Ressourcen-Sticker werden dabei sein und weil es eben jetzt so cool ist, dass wir quasi die ganzen alten Promokarten und den Sticker haben, werden wir auf jeden Fall dann, wenn das Spiel fertig ist, auch sozusagen dieses Upgrade-Pack bestehend aus allen neuen Promokarten, unseren und den alten und dem Sticker-Boden auch einzeln als Upgrade-Pack anbieten für alle Leute, die Lewis und Clark schon haben und vielleicht nicht den Sticker, weil den kann man tatsächlich nirgendwo mehr kaufen aktuell, so wie ich das weiß. Ja sehr gut, also entweder, wenn ihr das Spiel kauft, müsst ihr überhaupt nichts extra anklicken, dann habt ihr alle Ressourcen-Sticker, habt ihr alle Promokarten und wenn ihr das Spiel tatsächlich schon habt, aber unbedingt natürlich die neuen Promokarten und oder Ressourcen-Sticker wollt, dann wartet ihr einfach auf das eines Tages dann extra angebotene Bundle. Es gibt dann noch die große Frage, wie ist denn jetzt mit dieser Regelüberarbeitung? Es hat sich eine Mechanik geändert in gewisser Weise, die aber immer noch strategisch gleich funktioniert, sie wird nur anders umgesetzt im Spiel. Es geht dabei um die verbrauchte Zeit. Wenn ihr euch erinnert, ist ja so, dass quasi, wenn du dann das Lager aufschlägst, also sprich deine Karten wieder auf die Hand nehmen willst, dann musst du ja zurücklaufen, je nachdem wie viel Zeit du verbrauchst. Und das ist tatsächlich ein Ding, was auch ein Exploit war, weil wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang startet man ja so am Anfangspunkt, da kann man theoretisch noch fünf Felder zurücklaufen, aber dann ist das Spielbrett vorbei. Und es gab eine Exploit-Strategie, die gesagt hat, ich lasse mich fünf Felder zurückfallen, dann kann ich ja nicht weiter zurückfallen. Und dadurch pumpe ich mich ohne Ende mit Karten auf, verbrauche Unmengen an Zeit, weil es gibt ja keinen weiteren Malus, weil ich kann ja nicht weiter zurückfallen. Und dann rolle ich sozusagen das Feld von hinten auf. Das wird ersetzt durch eine andere Art von, die Mechanik wird einfach anders umgesetzt, um diesen Exploit in Zukunft auszuschließen. Und das funktioniert so, dass man jetzt nicht mehr zurückläuft, wenn man Zeit verbraucht, sondern man bekommt Zeitmarker. Das heißt, wenn man das Lager aufschlägt und man verbraucht fünf Zeit, dann läuft man nicht mehr mit dem Kundschafter fünf Felder zurück, sondern man bekommt fünf Zeitmarker. Und diese fünf Zeitmarker, die muss man sozusagen mit Bewegungsschritten erst wieder loswerden, bevor man sich wieder nach vorne bewegen kann. Also im Endeffekt funktioniert die Mechanik genau gleich, aber du kannst diesen Exploit nicht mehr machen, weil wenn du einfach nur wild Zeit verbrauchst, dann sammelst du einfach ohne Ende Zeitmarker und die musst du alle wieder abarbeiten, bevor du dich wieder nach vorne bewegen kannst. Und das hat noch ein paar weitere Detailsachen, die ich jetzt eben nicht genau, die muss ich euch wirklich zeigen, weil das hat auch was damit zu tun, wie das Spiel dann endet. Also eher vergleichbar mit den Ankerplättchen aus Maracaibo. Ja, genau, genau, absolut. Ja, nee, ist das nicht die Ankerplättchen aus, du meinst Cooper Island, oder nicht? Danke, ganz genau, Cooper Island. Ja, total. Es hat echt was wie die Ankerplättchen von Cooper Island und es ist, da gibt es noch so ein, zwei Sachen, die da wichtig sind. Ich wollte nur sagen, also das hat eben, das ist eine Änderung, die kam nicht von uns, sondern die kam wirklich vom Autor selber und von Ludonautus selber. Wir haben nur da mitgearbeitet, das so zu übersetzen, dass das auch alles gut verständlich ist. Hoffentlich ist uns das gut gelungen. Aber das ist so die größte Änderung. Und weil diese Änderung passiert ist, gab es auch Änderungen bei einzelnen Karteneffekten, weil die sich wiederum auf die alte Regel bezogen hat, dass da der Kundschafter rückwärts läuft. Da der das nicht mehr macht, haben diese Karteneffekte natürlich auch nicht mehr funktioniert und mussten auch angepasst werden. Das heißt, es gibt tatsächlich durchaus Veränderungen im Spiel auch. Die sind jetzt nicht mega krass, sie sind überschaubar, aber sie sind durchaus da. Und das ist nur der Punkt, deswegen wollte ich halt auch nochmal sagen, wenn ich eben von Upgrade-Pack spreche, wir wollen das auch deswegen unten in die Welt setzen, weil ihr könnt euch dann trotzdem überlegen, wollt ihr wirklich vielleicht doch das neue Spiel haben, weil das eben auch eine verbesserte Version des Spiels ist oder wollt ihr einfach euer altes Leuchttemberg behalten und nur das Upgrade-Pack haben? Und das müsst ihr euch halt überlegen, weil eben das Spiel jetzt nicht 1 zu 1 ist. Das alte Lewis & Clark ist nicht genau das gleiche wie das neue. Um da mal eine Frage vorwegzugreifen, es ist also nicht möglich, über das Upgrade-Pack auch diese neue verbesserte Ankerplättchen-Mechanik da zu haben. Es ist tatsächlich schwierig möglich, weil du hast halt die alten Karten, du müsstest dann alle Karten auch austauschen. Und du hast sogar, also du hast auch die Plättchen nicht, du hast auch wirklich eine neue Plättchen-Art, diese Zeitplättchen, die hast du halt, Zeitmarker heißen die, glaube ich, korrekterweise, die hast du auch nicht. Und es gibt sogar auf dem Spielplan eine kleine Änderung, weil sozusagen am Ende des Spielfeldes dann nochmal so ein Symbol ist, weil da geht es dann darum, wie kannst du das Spiel beenden, je nachdem, wie weit du über die Ziellinie läufst. Also wenn du Zeitmarker hast, musst du halt weiter über die Ziellinie laufen, als wenn du keine Zeitmarker hast. Das sind so Feinheiten, die möchte ich jetzt, wie gesagt, nicht im Detail erläutern. Aber grundsätzlich ist dann einfach nur so, das neue Louis, unsere neue Louis & Clark-Edition wird nicht genau das gleiche Spiel sein wie das alte, weswegen ihr euch, wenn ihr das alte habt, schon nochmal überlegen könnt, ob ihr nicht trotzdem auf die neue Version umsteigen wollt oder ob ihr sagt, ist mir egal, das alte ist ja trotzdem auch ein super Spiel. Und unsere neuen Karten sollten natürlich trotzdem auch mit dem alten Spiel funktionieren, das ist kein Problem. Aber ja, ihr kriegt durch das Upgrade-Pack halt nicht alle Änderungen, die jetzt gemacht wurden. Ein fein getuntes Louis & Clark. Ja, das ist halt alles nicht so einfach. Aber es wird super, ich finde auch wirklich, die haben da tolle Arbeit geleistet. Die Jungs da von Ludonauten haben da wirklich viel gemacht und sich viel Mühe gegeben. Und das ist auch wirklich eine Verbesserung, so wie ich das beurteilen kann nach meinen Tests. Ich finde, das klingt vielversprechend. Also da irgendwelche Exploits auszuhebeln, nur zu, finde ich gut. Ich habe diesen Exploit natürlich nie benutzt. Ja, jetzt hätte ich natürlich mal Lust drauf, aber... Also in jeder Partie, die ich verloren habe, hat mit Sicherheit mein Gegenüber diesen Exploit genutzt. Und ich habe es nur nicht gemerkt. War es das? Gab es noch eine Frage? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das waren auf jeden Fall die größten Hauptfragen erstmal bis dahin. Aber jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden. Also wir hoffen natürlich, dass wir auch bald einfach wieder im gleichen Zimmer drehen können. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal, wie wir glauben, eine bessere Möglichkeit gefunden, euch wenigstens eben ein echtes Gespräch hier auch vor der Kamera wieder präsentieren zu können, was ja Hans und Krohn auch immer mit ausgezeichnet hat. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig über die Verschiebung der BerlinCon. Wir sind es schon, aber freuen uns trotzdem natürlich auch alle jetzt schon auf den Ausweichtermin. Und ja, drücken wir einfach alle Daumen, die wir haben, dass da nichts schief geht. Wir drücken die Daumen und natürlich auch weiterhin drücken die Daumen, dass bei Lewis & Clark nichts schief geht, dass wir uns länger warten müssen als notwendig. Und als letztes, ich wollte mich auch bedanken und sagen einfach, eine Sache habe ich noch, wie gesagt, es sollte nicht das letzte Lewis & Clark Update geben, eher so jetzt hier aktuell die Fragen beantworten, die jetzt so im Raum standen die ganze Zeit. Es gibt natürlich noch eine Menge Sachen, die wir euch zeigen können, dann in den nächsten Updates. Aber einen Sneak Pick wollte ich euch natürlich nicht geben. und das sind die zwei Promokarten, auf die ihr wahrscheinlich am meisten wartet, nämlich die Hunter-Karte und die Kronkarte. Die blenden wir jetzt auch noch mal kurz ein. So sieht es aus, hat Vincent Dutré richtig cool gemacht, wie ich finde. Und ja, wir freuen uns. Es kommen noch ein paar weitere Karten. Ja, ich finde es auch sehr cool. Sehr, sehr cool geworden. Ich bin da, also ja, sehr gut. Ich kann auch von mich selbst eine Imposter-Größe. Ja, natürlich, natürlich. Ja, stimmt. Die machen die ja manchmal so ganz groß. Habe ich noch gar nicht gefragt. Naja, das war's, Lewis & Clark Update. Also das ist, zumindest das ist noch irgendwie on track. Gab jetzt übrigens ja viele Verschiebungen, ne? Habt ihr das ja mitgekriegt von anderen Spielen. Kommt später, späte Veröffentlichung, ne? Nicht angekommen und so. Ja, klar. Ein großes Content-Loch wird da entstehen, auch im Film- und Serienbereich. Ich rechne da mit allem. Da ist das wirklich mal eine gute Nachricht. Lewis & Clark ist wahrscheinlich... Also Stand jetzt, ne? Also es kann jederzeit eine Mail kommen. Also eine Mail kommen, es wird doch später. Aber das ist mal ein Kommentar nach Englisch. Ich glaube, die Leute hätten da auch verständlich. Ich sag tschüss. Ja. Bis zum nächsten Video, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Spielt schon weiter. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020